Guten Morgen aus der Brücke und wir haben gerade eben angelegt und jetzt fahren wir nach Blankenbergen und mal gucken, ob ich da noch was filmen kann. Okay Leute, jetzt sind jetzt schon ein paar Stunden vergangen. Und ja, wo wir dann zurück aufs Schiff gegangen sind, sind wir auch gleich noch trainieren gegangen und da habe ich was mit der Action Cam gefilmt. Ja, einfach mal so ein bisschen gejoggt und dann noch ein bisschen Fahrrad gefahren, also ich. Ähm, und ja, jetzt gehe ich essen und das war es schon mit dem Vlog. Morgen geht es nach Paris, also verpasst auf jeden Fall nicht den Vlog morgen. Und ja, jetzt sage ich, ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Bis nächstes Mal. Ciao. Outro Outro Untertitelung des ZDF, 2020